Ich war wieder surfen auf der, ach surfen soll ich schon, nur ohne auf der Zugspitze und meine Haut kann das einfach nicht ab, das braucht aber nichts zu schreiben, fucking minus 15, 17, 18 Grad ist einfach so unglaublich kalt, aber egal, wir haben aber wieder ein ganz tolles Thema zu Liebeskummer und so weiter und so Verletzungen der Null-Kontakt-Regel, also keinen Kontakt mehr zu haben und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil glaube ich hier so Gedanken geschildert werden, die glaube ich viele so haben und naja, die aber nicht viel bringen. Also es ist mal von einem Mann. Schlimmer, Liebeskummer nach längerer Trennungszeit. Hallo lieber Christian, als nächstes an dieser Stelle lieben Dank für deine Videos. Kurz zur Vorgeschichte, ich bin Anfang 50, lange verwidmet und habe drei erwachsene Kinder. Ja, du hast dann nach dem Tod deiner Frau noch immer mal wieder weiter gedatet und auch so deine Schwierigkeiten gehabt. Ich bin der Meinung, so wie ich es auch in meiner Ehe gelebt habe und als Kind schon vorgelebt bekam, dass man in einer echten wahrhaftigen Partnerschaft auch Konflikte aushalten und auch mal durch Tela gehen muss, denn nur am Anfang ist alles rosa-rotte und die Hormone fliegen. Danach kommt echte Beziehungsarbeit. Ja, ist heutzutage aber nicht mehr so angesehen scheinbar. Von meiner letzten Beziehung habe ich mich vor ca. 11 Monaten getrennt. Es war eine dreijährige Fernbeziehung. Konnten wir uns jedes zweite Wochenende sehen. Wäre mir persönlich schon zu wenig. Also ich finde, viele, die mir schreiben, sind ja so, bei dir weiß ich jetzt nicht, sind ja so ein bisschen latent pluspolig bis Möglichkeit, sich so liebessüchtig zu fühlen. Haben wir natürlich alle mehr oder weniger, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, und was soll ich sagen? Also man sollte da möglichst Beziehungen führen, die von vornherein nicht so zu Krümelbeziehungen werden. Ich sage es mal so. Oh, und für viele Menschen ist alle zwei Wochen sehen zu wenig so, ne? Und geht nicht, geht nicht, geht nicht. Oft ist dann auch der Wille einfach nicht da. Irgendwie geht schon. Und vielleicht datest du dann jemanden, der halt so eine sehr dünne Beziehung will, weil das ist nicht das Richtige für dich dann so, ne? Also ich persönlich sage immer, eine Beziehung, wo man sich nicht in der Regel wöchentlich sehen kann, ist, glaube ich, für Menschen, die so einen angeknackten Liebeschiff haben, nicht unbedingt das Richtige so, ne? Wirklich tolle Frau. Ich habe sie damals gesehen, sofort gewusst. Mit der will ich nun alt werden. Ja, solche Gedanken sind, ich sage es ungern, immer so ein bisschen pluspolig, ne? Ich meine, du weißt es nicht. Da geht das schon los mit dieser Fantasie. Ja, mit dieser Frau werde ich alt, ja. Ich sage ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? Das sage ich immer wieder. Und ja, das ist, ich glaube, in einer gesunden Beziehung, also sagen wir mal so, Leute, die jetzt von vornherein einen sicheren Bindungsstil haben, von denen ist das vielleicht anders. Aber wenn man sich so erholt, wenn man sich so rausgearbeitet hat aus seinem dysfunktionalen Liebeschiff und so, sagt man sowas nicht so schnell nochmal, ne? Erstmal, weil man weiß, was alles passieren kann. Man weiß, dass so absolute Sicherheit, dass jemand der Richtige ist, ist oft eher ein schlechtes Zeichen. So verrückt ist das leider. So, ach, sie sah das alles so, wir haben uns sehr ineinander verliebt. Ja, aber warum, wenn das denn so ist, warum seht ihr euch nur alle zwei Wochen? Ich vermute jetzt nicht, dass einer in Südamerika lebt und der andere in Deutschland. Ja, wenn das alles so toll ist, ne? Es ist so ein Fall, wo es menschlich total passt. Sie war auch ein bisschen jünger als ich, aber unsere Leben sind so verschieden, wie sie nicht verschiedener sein könnten. Ich wohne auf dem Land und sie, also mit meinen drei Kindern, und sie hat keine Kinder. So, jetzt lese ich hier, ihr wohnt mal so bummelig 200 Kilometer entfernt. Sorry, da kann man echt abends hinfahren, wirklich. Habe ich alles schon gemacht. Also, das ist einfach mangelnder Wille, sich zu sehen, von einer Seite. Also von dir war es offensichtlich nicht. Wurde ich mal von ihrem. Und das passt einfach nicht damit zusammen, dass man so verliebt ist und zusammen alt werden will. Ihr müsst halt immer wieder diese Worte, also ich weiß, ich wiederhole mich unendlich hier auf dem Kanal, aber Worte sind wirklich nichts wert, wenn sie nicht durch Handlungen gedeckt sind, so, ne? Ja, ähm. Da, wo sie wohnen, fühlt sich auch nicht heimisch. Beruflich ist sie ein bisschen unzufrieden. Wollte unbedingt Familie. Und sie hat dich dann so ein bisschen gefuture-faked, was ja auch schon ein sehr schlechtes Zeichen ist. Dass sie zu dir ziehen will und du hast dich dann umgeguckt nach einer Wohnung. Und jetzt schreibst du jetzt aber, je mehr du dich bemüht hast, umso mehr hat sie sich zurückgezogen. Ja, ist wie es ist und so verliebt war sie dann scheinbar schon nicht mehr, sonst würde man das ja nicht machen. Oder, beziehungsweise, ihr habt ja auch nicht richtig, vielleicht habt ihr auch nicht richtig drüber geredet oder so, das kann natürlich passieren. Aber im Endeffekt will sie dich nicht so oft sehen, wie du sie, ne? Je aktiver, sie hat sich zurückgezogen, auch körperlich, ja. Nach ein bis zwei On-Offs, was man bei einer Fan-Beziehung nicht so wirklich merkt, wenn man sich mal fünf Wochen nicht sieht. Leute, Standards und Dealbreaker, wenn euch jemand sagt, wir sehen uns jetzt fünf Wochen nicht und ihr seid mal gerade hier ein halbes Jahr zusammen, vier Monate zusammen, fünf Monate zusammen. Da müsst ihr sagen, was ist los, was soll der Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Und, also eigentlich alle, die mir hier schreiben, fast alle, kann ich nur mal wieder sagen, ihr müsst viel härter werden, viel härter, ne? Einfach mal, boah, was soll der Scheiß, wir haben sowieso schon eine Fan-Beziehung und dann sehen wir uns fünf Wochen nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und so müsst ihr auch reden mit dem Partner, da habe ich keinen Bock drauf. Was ist los, hast du gar nicht Lust, mich zu sehen und bringt die Sachen auf den Punkt, also dann lieber, lieber gleich beenden, irgendwie so, als vor sich hin dürbeln zu lassen. Aber ich vermute mal, dass sie sich so ein bisschen am Haken hält, kommunikativ, aber wirklich viel machen tut sie nicht und dann seht ihr euch fünf Wochen nicht, ne? Wobei immer sie diejenige war, die die Beziehung aufrechterhielt, also lange Telefonate mit viel Aussprache und natürlich Versöhnungsbecksport. Okay, das können wir auf die Plusseite packen, also positiv, ja. Ich habe mich dann aber in einer Frustsituation im März letzten Jahres die Beziehung endgültig beendet. Ja, und ich denke, es war einfach nicht das, was du wolltest, ne? Es ist die erste Beziehung in meinem Leben, die ich aktiv beendet habe. Das ist immer gut, jeder sollte mal beide Positionen erfahren haben, das macht es so ein bisschen demütig. Aber gut, ja, man muss dazu sagen, dass ich fast immer gefahren bin. Wenn immer nur einer fährt, nicht gut. Gar nicht, gar nicht gut. Und sie hat so ein bisschen ihre Arbeit davor geschoben. Ja, gut. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber es ist ja in der Regel so, ich erinnere mal an Prinz Harry, der hat sein Land verlassen, seine Familie aufgegeben für eine Frau. Sicherlich, ob das jetzt eine gute Idee war, lassen wir mal dahingestellt. Und da habe ich auch gerade so ein Reel zugemacht. Und ja, und sie kommt nicht da von ihrem Beruf weg und kann ich nicht besuchen. Ja. Immer nur Fakten, 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 Fakten. Alles andere ist uninteressant. Ja. Zudem hatte ich das Gefühl, dass sie gerade so viel macht, um die Beziehung im Status quo aufrecht zu erhalten. Ja, das hört sich ganz so an. Und ist ihr so genügt, wie es ist? Ja, ist ja auch in Ordnung, aber es wird halt so ein bisschen manipulativ, wenn man das verbal anders rüberbringt. Also so, wenn sie jetzt auch sagen, bitte, ganz ehrlich, ich bin einfach nicht so der Beziehungsmensch und mir reicht das. Wenn wir alle zwei Wochen mal Gänseblümchen pflücken oder so, dann weißt du ja, wo du dran bist. Aber wenn du dann so ein bisschen gefuture-faked wirst, ne? Future-Faking ist ja auch eins der wirklich problematischen Sachen, finde ich. Aber gut, ich schreibe es ja auch nicht so viel drüber. Ich habe einfach nach, ach, drei Jahre waren das ja auch, ja, egal, aber es ist auch wurscht. Keine Perspektive, auch kein kleiner Wille von ihr gesehen, etwas zu verändern, zumindest mal drüber nachzudenken. In meinem Freundeskreis haben wir meine Freundin zu verstehen, zu geben, dass ich ein totes Pferd reite. Ja, Freundesmund tut Wahrheit kund oft, ne? Die ersten sechs bis sieben Monate nach der Trennung hatte ich kaum Liebeskummer, war befreit, hat mein Leben so genossen. Ein nice geiles Leben gemacht, fühl mich auf die Kinder konzentriert. Ich meine, du hast ja auch Kinder und trotzdem nimmst du dir die Zeit, ne? Es gab null Kontakt zur Ex. Ich hatte auch ein paar Dates, was aber überhaupt nicht meine Erwartungen entsprach und ich merkte, dass ich noch nicht so richtig frei bin. So geht's los. Am Geburtstag eines meiner erwachsenen Kinder oder heranwachsenden Kinder hat sie dann ein wirklich schönes Überraschungsgeschenk geschickt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das ein manipulativer Scheiß. Was soll das denn? Also entweder sie sagt, hey, das ist scheiße gelaufen, lass uns reden, lass uns wieder treffen, lass uns... Und dann konkrete Vorschläge, ich, ja, mein Beruf, habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht, ich würde jedes zweite Mal zu dir kommen und so. Nein, das ist wieder dieser, also ich persönlich, ich weiß, du siehst das anders, für mich ist das so minimaler Aufwand. Ich meine, es ist mehr als eine WhatsApp schicken, ich vermisse dich. Aber das ist wieder, das ist, was typischerweise so Leute machen, die einfach, ja, sie will diese Beziehung aufrechterhalten, also bedeutet sie ja schon irgendwas. Aber dieses Geschenk kommuniziert nicht, ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, sondern, ja, habe ich keinen Bock drauf, dass du jetzt einfach weggehst und mich hier so stehen lässt. Und klar, soll es ja wieder herangeholt werden, aber es ist ja nicht erkennbar, dass sich irgendwas verändert, so, ne. So, das ist jetzt wirklich interessant, es hat so sechs bis sieben Monate kein Liebeskummer, mal gucken, was diese Scheiße jetzt mit dir macht, ja, ne. Ähm, ich war sogar leicht sauer, habe mich aber trotzdem gefreut, dass sie noch an meine Kinder denkt, ach, ist es. Wie viel Aufwand ist das und was ist ihr Ziel? Ist ihr Ziel jetzt wirklich eine gute Beziehung zu deinen Kindern aufzubauen? Doch wohl nicht, es geht um dich, ne. Und was will sie denn jetzt hier? Also natürlich will sie Kontakt. Kontakt, aber ich sehe nirgendwo, dass sie bereit ist, mehr zu geben, ne. Oh Mann, ey, ich habe sowas auch so oft erlebt, ey. Ach Gott, ey, schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, ähm, ab dem Zeitpunkt ist wieder ein loser Kontakt entstanden. Ich würde mal behaupten, vielleicht bin ich jetzt zu negativ, könnt ihr gerne kommentieren, genau, was sie wollte. Bei dem ist immer wieder betont, sie wolle nichts aufwärmen. Ja, aber warum meldet sie sich dann? Warum zum Fick kann sie dich nicht in Ruhe lassen und muss sich dann wieder melden? Und dann sagt sie aber gleichzeitig, ich will nichts aufwärmen. Das ist so, ey, das riecht mich richtig auf, Leute. Es riecht mich richtig auf. Also wirklich, das ist, als wenn du einem Hund Essen hinstellst und, äh, und wenn er dann essen will, dann ziehst du es wieder weg und dann sagst du, ich wollte dich gar nicht füttern, wollte dann nur mal Essen hinstellen. Was käme so aus, irgendwie so, ne. Das ist total, ich finde das manipulativ, ne. Was will sie denn? Warum kann sie nicht einfach sagen, was sie will? Vielleicht sagt sie, ich will einfach, hab keinen Bock auf Beziehungen, aber zweimal im Jahr Vögel mit dir, ja, und bloß keine Verpflichtung. Das macht sie, also jetzt macht sie irgendwas. Und sobald du wieder anspringst, damit du bloß nicht denkst, du dürfst jetzt irgendwelche Erwartungen haben, sagt sie, sie will nichts aufwärmen. Ja, was will sie denn dann? Lass, dann soll sie sich doch in Ruhe lassen. Mann, ey. Das riecht mich richtig auf, ey. Sie denkt so oft an uns, ja, ja und, was, da kannst du dir auch nichts von kaufen. Und sie hat sogar einmal geschrieben, dass sie uns vermisst. So, ach, Leute, Leute, geht diesem romantischen Scheiß nicht immer so auf den Leim, ey, wirklich, ey. Fakten, 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 Fakten. Ich sehe keine Fakten, ey. So, äh, oder selbst wenn sie jetzt sagt, hey, ich komme mal vorbei, ich komme jetzt zu dir. Aber sie macht nichts, sie macht absolut fucking nichts. Und ich könnte wetten, dass sie einfach nur diese Aufmerksamkeit haben will und die sie jetzt nicht mal kriegt. Und sie macht nichts, ist sie jetzt zu dir gekommen oder hat sie irgendwie gesagt, was sie will? Nichts wirklich, außer dieses, dieses eine Sache, dass du wieder, dass du wieder in Kontakt kommst, dieses Geschenk, ey. Also, also vielleicht bin ich da jetzt zu negativ, das ist einfach nur meine Meinung, ne. Äh, so, äh, ja. Ich schreibe ihr dann kurz, meist kurz und höflich zurück, zuletzt, äh, ja, aber du kommst jetzt schon wieder, jetzt geht der Mindfuck nämlich wieder los, ne. Zuletzt vor ein paar Wochen hatte ich ihr eine längere Nachricht geschrieben, wo ich nochmal zum Ausdruck gebracht habe, dass die Würfel längst gefallen sind. Und, ja, dann solltest du aber auch keinen Kontakt mehr mit ihr haben, sorry, dass du drüber weg bist, ne. Oder in einer neuen Beziehung bist und dann schon mal gar nicht mehr. Ähm, und sie selber schuld sein, nicht mal rechtzeitig aktiv zu werden. Ja. Aber warum bist du noch mit ihr in Kontakt, ne. Was soll das bringen? Sie macht keine aller Anstalten, dass ich irgendwas geändert hätte, ne. Ähm, ich hätte sie ja auch unterstützt, aber wirklich Bock drauf, muss sie schon haben. Ja. Und der Zug ist abgefahren, hat sehr lange im Bahnhof gestanden und sie hat sich nicht mal eine Fahrkarte gekauft. Ja, zu viel Energie von einer Seite wieder, ne. So, dann hat sie wieder irgendein Päckchen geschickt. Ach. Äh, was mir echt irgendwie unangenehm war. Das finde ich richtig gut, dass dir das unangenehm war, also, äh, weil du dich einfach fragst, was soll der Scheiß? Finde ich so, finde ich gut, dass dir das unangenehm ist, ne. Ähm, jetzt eigentlich, ich meine, eigentlich hättest du dir den Müll schmeißen können, die Sachen, ne. Wirklich, ähm. So, seit dieser Zeit habe ich sehr viel Grübeln, echt tiefen Herzschmerz und Sehnsucht. Ja, das ist, wenn du aus dem Nullkontakt rausgehst, das passiert dann. Da geht sofort der Scheiß wieder los. Und du bist wieder genau an dem Punkt, wo du vorher warst. Sie macht nichts, sie krümelt, sie hält dich im Kontakt und du lässt es so, ne. Und jetzt geht, springt wieder dein Fantasiemodus an. Oh, was könnte alles sein? Oder, oder auch allein dieses ein bisschen, warum macht sie das, warum macht sie das? Das ist ja auch so eine ganz starke Sache, die uns liebesüchtig macht. Dieses, warum, 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 warum macht sie das? Warum macht sie nicht jenes? Was soll das? Deswegen ist Kontakt immer scheiße, ne. Äh, manchmal würde ich gerne mitten in der Nacht ins Auto setzen und einfach hinfahren. Ja, dann bist du hinterher der Stalker. Ja, guck mal, du würdest wieder hinfahren, sie macht keinen Schritt, ne. So, ich denke manchmal, äh, ich weiß auch nicht, ob sie inzwischen wieder einen Partner hat oder längst abgeschlossen hat. Ja, sie gibt dir nichts, außer diese blöden Geschenke wirklich und diese Dinge nur aus Freundschaft oder Langeweile macht. Ja, wo habt ihr denn eine Freundschaft, sehe ich nicht. Aber Langeweile ist schon, schon ein bisschen gehaltvoller. Ich denke manchmal, wir waren echt seelenverwandt. Und, also Leute, damit beißt ihr bei mir auf Granit mit so einem Scheiß, wirklich, das, damit brauche ich dir mal nicht kommen. Da geht zu irgendeinem ESO-Kanal und schreibt denen, dass ihr seelenverwandt seid. Sorry, da, 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 da kommt ihr bei mir nicht weiter. Äh, wir sind aus einem spirituellen Grund zusammengekommen. Ja, meinetwegen. Aber was ist denn der Grund? Dass ihr so eine Dreckskrummelbeziehung weiterführt irgendwie? Oder war vielleicht der spirituelle Grund, dass du dich weiterentwickelst und deine Standards und Dealbreaker klarziehst und sie dein Arschengel ist? Damit würde ich also auch noch mitgehen. Äh, hatten wir wirklich große Träume? Ja, also wenn wirklich für jeden, jeder, der mir schreibt, wenn der mir für die großen Träume, die in seiner Krümelbeziehung waren, dafür mir einen Euro geben würde, dann wäre ich steinreich, ne? Wirklich da. Das, äh, Träume, das ist genau der Punkt. Träume, Fantasien, keine Fakten. Es passiert ja nichts. Ich habe einmal zu ihr gesagt, äh, du bist mein letzter Versuch. Und bei mir sind Wörter echt, bei mir sind Wörter kein Scheiß. Okay, warum redest du dann mit ihr? Warum? Äh, sie hat mich auch sehr stark an meine verstorbene Frau erinnert. Boah, ja, das ist natürlich hart, muss ich, das ist echt difficult, ne? Schon eine sehr schwierige Situation, ne? Auch, äh, Modul 1 hat mir bisher nicht so richtig gefruchtet, denn ich kann mich echt beim besten Willen nicht an irgendein Problem meiner Kindheit erinnern. Bin sehr gut, gesund, konservativ, liebevoll und behütet erzogen. Hätte eine tolle Kindheit. Ja, aber das ist dann wirklich einer der unwichtigsten Punkte von Modul 1, wie deine Kindheit war. Da geht es vor allen Dingen um Steiner, so einen Dealbreaker und, äh, Bindungsangst, Verlustangst. Und ich, es sollte nicht ein Dealbreaker sein, dass deine Freundin sich in irgendeiner Weise bemüht. Sollte das nicht eine Sache sein, die auf deiner Dealbreaker-Liste steht irgendwie und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Geschenke in der Gegend rumschickt und irgendwie so ein Mindfuck mit dir macht. Das muss ja gar nicht absichtlich sein, das will ich ja gar nicht unterstellen. Äh, und wie jetzt deine Kindheit ist, das Spielballmodul, das ist sicher, manchmal interessante Erwägung, wo bei dir jetzt nichts ist, weil alles gut. Außerdem, ähm, ja, müsstest du eigentlich bei Modul 0 anfangen, Liebeskummer, weil du, du hast ein bisschen auch im Kontakt mit dir und dann kommt man nicht raus aus der Nummer, ne? Hoffe mich jetzt nicht zu streng mit dir, aber, ja, ich versuche dich nur ein bisschen wach zu rütteln. So, äh, zudem kann ich nur sehr schwer manifestieren, habe dazu keine Ruhe in mir. Ja, das ist auch in so einer, wie ich das jetzt nicht unbedingt toxisch nenne, aber in so einer, naja, du reagierst ja eigentlich liebessüchtig so ein bisschen, ne? Also insofern schon so ein bisschen toxi, toxi ist es schon. Das ist ja meine Definition eigentlich von toxisch und, ähm, da ist es auch schwierig mit Manifestieren, weil das per se nicht so eine hohe Schwung ist, ne? Diese toxische Beziehung. Oder meinetwegen toxi, Leid hier, ist auch egal. So, habt dazu keine Ruhe mehr. Kann es sein, dass das Universum mir nun immer wieder Zeichen sendet, dass der Film noch nicht zu Ende ist? Das ist das Gleiche wie dieser Seelenverwandtheitskram. Ich verstehe das, wie wir auf sowas kommen, wirklich verstehe das total. Aber ich sage dir immer, Fakten, 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 Fakten. Diese Frau bemüht sich immer noch keinen fucking Millimeter. Die sucht noch nicht mal ein Gespräch mit dir, geschweige denn, dass sie Zeit mit dir verbringen will. Was will die Frau? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber was soll der Scheiß, ne? Sie sagt ja noch nicht mal, sie will wieder Zeit mit dir. Also da ist nichts. Und willst du jetzt wieder die Arbeit machen? Dann ist es wirklich eigentlich noch schlimmer als vorher, so, ne? Wie kann es sein, dass ich dich aus meinem Kopf bekomme? Du hast dich aus deinem Kopf bekommen, weil du um null Kontakt warst und ein nice geiles Leben gekriegen hast. Jetzt gibst du dir wieder die Chance, in deinen Kopf zu kommen. Das Wichtigste ist wirklich null Kontakt. Ich sage es gern auch noch in meinem zehntausendsten Video. Ich sage eigentlich immer das Gleiche. Wenn mich jemand kontaktiert oder wenn ich mit jemandem Session habe und er sagt, irgendwas funktioniert nicht, ich komme nicht weiter, das Erste, was ich frage, ist, gibt es noch Kontakt? Und dann wird meistens gesagt, nein, aus, na, na, ja, ja, wir schreiben uns ab und zu. Oder, ja, dann sage ich, ja, sorry. Das ist das Erste, null Kontakt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man über jemanden wirklich komplett drüber weg ist. Aber jemand, zu dem man mal liebessüchtig war, sollte man eigentlich im Nullkontakt bleiben. Aber natürlich kann man auch, wenn alles geklärt ist, Kontakt haben zum Ex und hat dann vielleicht schon einen neuen Partner und ich weiß nicht was. Und wenn du so richtig, gehen wir die Dinge jetzt mal anders an. Wenn du jetzt so richtig voll so in deiner Power, vielleicht bist du da auch irgendwann, das ist ja alles im Weg, und nicht so in diesem Verlustangst-Liebessucht-Modus wärst und so völlig bei dir wärst und komplett neutral und so gar nicht liebessüchtig, da könnte man auch sagen, ja, weißt du, ich will keine Brieffreundschaft, wenn du mich sehen willst, bewege deinen Arsch hierher. Dann haben wir ein Date irgendwie. Ich bewege mich hier keinen Millimeter. Du hast bisher auch nichts gemacht. Und, ja, das könnte man machen. Das wäre aber auch wieder, scheinbar so ein Deerbreaker. Aber da sie in dir so dieses Liebessüchtige auslöst, ist einfach Nullkontakt das Beste. Aber es ist deine Entscheidung. Du musst da bereit zu sein. Du sagst, dass man Nullkontakt halten soll. Ja, und du machst es nicht. Aber gibt es auch Fälle, wo man es so schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach nochmal eine Chance geben soll? Ja, wie gesagt, ich verstehe diese Gedanken und ich glaube, jeder ansatzweise Liebessüchtige, auch so in Light-Versionen, geht genau durch diese Gedanken durch. Sollten wir uns nicht noch eine Chance geben? Können wir nicht wenigstens rumpoppen ab und zu und eine Freundschaft plus haben? Aber jeder kommt auch zu dem gleichen Ergebnis. Letztlich hilft nur Nullkontakt. Wie gesagt, wenn da jetzt auf ihrer Seite so ein Riesenbemühen wäre, sie kommen zu dir, sie kommen zu dir, auf einer wirklich stabilen, dauerhaften Basis gibt es sich Mühe. Sie hat an sich gearbeitet. Also jetzt nicht, dass sie an sich arbeiten müsste, aber sie hat gesehen, ich mache zu wenig. Ich muss da mehr machen irgendwie. Ich gebe ihm zu wenig. Ja, würde ich aber mit mir diskutieren lassen. Aber das ist einfach nichts. Gar nichts. So, oder es ist nur eine rosarote Illusion. Ja, die mir mein hungriges, einsames Herz vorgockt. Und du hast vielleicht eine glückliche Kindheit, aber du hast natürlich diesen Risikofaktor Live-Event. Das wollte ich auch nochmal sagen. Das sind nicht immer nur die mit unglücklicher Kindheit. Du hast ja ein krasses Live-Event. Wer weiß, wie schlimm das war. Gibt es auch Fälle, wo man zu schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach nochmal eine Chance geben sollte? Ja, aber nee. Also hier auf meinem Kanal kommt es so gut wie nie vor. Klar, wenn man jetzt total im Minuspol hängt und merkt so, boah, ich habe da so viele Mauern aufgebaut. Ja, also natürlich gibt es das, aber nie in diesem Kontext eigentlich so, wo man schon so in diesem Modus unterwegs ist oder fast nie, sagen wir mal. Aber man, es gibt so viele Frauen, ey. Echt. Das ist auch so ein bisschen dieses Mythos, dass es nur diese eine gibt. Das ist auch ein Mythos, ne. Wir erinnern uns immer nur an die schönen Momente und verdrängen die schlechten. Ganz genau. Ich will halt nicht irgendwann im Sterbebett liegen und bereuen, dass ich diese Frau nicht mehr aufgesucht habe. Du hast das doch schon x-mal probiert, mit der zu reden. Da bin ich mir ganz sicher. Überlege ich mal lieber, ob du dich vielleicht nicht im Sterbebett lieben möchtest und du hast irgendwie 40 Jahre Krümelbeziehung hinter dir. Das fühlt sich bestimmt auch nicht gut an. Aber du kannst das gerne durchspielen mit dem Sterbebett, aber dann überlege ich dir, was die richtige Antwort ist. Ich würde mich sehr über eine ehrliche Antwort freuen. Ja, das habe ich dir gegeben. Ich hoffe, war nicht zu streng, aber ehrlich war es auf jeden Fall. Und ja, Grüße gehen raus und hoffe, du kannst da irgendwas mit anfangen und triffst natürlich deine eigene Entscheidung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Also, wir sehen uns bald wieder. wie wir sehen uns bald wieder. wir sehen uns bald wieder. credibleuratPRK Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.